Meine Damen und Herren, wir kommen zu euch zum E-Lake Festival nach Echternach, nach Luxemburg, am 7.8. Wir haben mega Bock, meine ganze Band freut sich, wir waren gerade auf Tour und sind alle noch heiß. Leider waren wir noch nie in Luxemburg und deswegen wird es die absolute Weltpremiere. Ich habe mega Bock drauf. E-Lake Festival, 7.8. Wir kommen vorbei, wir freuen uns krass auf euch und ich hoffe euch alle da zu sehen. Bis dahin, genießt den Sommer und wir sehen uns.